Bayern-Stars in Weihnachtsstimmung. Die Profifußballer des FC Bayern München zu Besuch in der Landesschule für Körperbehinderte in München. 350 Kinder und Jugendliche bereiten Bastian Schweinsteiger, Marc von Bommel und Co. einen herzlichen Empfang. Hier können sich die hochbezahlten Kicker von einer anderen Seite zeigen. Ja klar, wenn man nur das Lächeln sieht bei den Leuten, bei den Kindern, das ist schon genügend. Natürlich können wir es einfacher tun und auch etwas für die Kinder tun. Sie brauchen das und auch die Unterstützung, dass wir hier sind. Es ist einfach sehr wichtig, dass man sozial engagiert ist. Der FC Bayern ist in der Hinsicht top und deswegen macht es auch riesig Spaß, solchen strahlenden Gesichtern entgegenzusehen. Fanartikel, Freikarten und Geld haben die Profis dabei. Und auch bei den Fußballern selbst gibt es zunehmend strahlende Gesichter. Schließlich hat der Rekordmeister erstmals seit langem wieder die Tabellenspitze im Visier. das heißt, es ist ein großer Gedanzen. Ja. Das ist eine große Herausforderung. Die Rede von der Rekordmenusiaste im Versammlung. Ich kenne mich Sie einen größeren Teilen, ich kenne mich an.